Was ist denn los Großer? Nichts, was denn? Warum rappelst du mich so an? Wieso hast du so viele Schalker Kisten eigentlich? Warum sollte er nicht so viele haben? Sorry, ich nehm immer 20 Stück Ähm, okay Ich würd mal sagen, lass mal die Gruppe zu Heiko und Feister, oder? Okay Jo Okay